servus leute das plexen projekt geht weiter meine reaktion wenn ich diesen orangen reflektor sehe deshalb haben wir uns für diese folien entschieden die gibt es in schwarz glanz in schwarz matt mit logo also so wie hier und auch ohne logo ihr könnt aber auch die transparente folien nehmen die decken die ganzen scheinwerfer ab und schützen einfach vor steinschlägen beim verkleben der folien müsst ihr darauf achten dass die scheinwerfer sauber sind und schon kann es losgehen so sieht es doch schon viel besser aus den link zu den folien findet ihr in der beschreibung und wir sehen uns bald wieder und